Hallo, ich bin Farber Dieng und bin nominiert in der Kategorie Westermännische Hauptrolle. Wen würde Farber Dieng gerne spielen? Hm, ich würde gerne ein psychisches Klabierenspiel, der ganz weit weg von mir ist, der irgendeinen Knacks hat oder so. Wohin fährt Farber Dieng im Urlaub? Das letzte Mal war ich in Italien und sonst in Frankreich bin ich sehr gerne. Ist Farber Dieng echt mit Judo Snitchkov befreundet? Ja, also der Dreh hat uns zusammengeschweißt. Ich kannte ihn davor nicht und nach so einem Dreh ist man einfach Best Buddies. Wir rufen uns einfach wöchentlich an und er ist der Beste. Wie wird man so cool wie Farber Dieng? Gute Frage. Nächste Frage. Schaut Farber Dieng lieber deutsche oder französische Filme an? Mein Lieblingsfilm ist La En, einfach schon seit der Kindheit und französische Filme reizen mich einfach mehr.